Wir hatten ein paar Problemchen mit Kompatibilitäten, aber wir sind auf alle Fälle jetzt wieder am Start und hier wurde noch ein wenig gekocht und gewürzt, aber so lange kann ich schon mal sagen, Nougat Bytes ist wohl eine der wenigen Shows, die schon öfter kopiert wurden, als sie tatsächlich stattgefunden hat. Wer sich erinnern kann, wir waren am 26C3 und haben so großartige Dinge wie IEEE oder Root-Rechte, für die Sie sich vielleicht erinnern, an den Start gebracht und auch heute wird es wieder in ähnlicher Struktur ablaufen und zwar werden wir zwei Runden machen, es geht um Bilderrätselraten und in jeder Runde werden zwei Teams gegeneinander antreten, für die erste Runde haben wir die Teams schon mal mitgebracht, also die haben sich eigentlich selber mitgebracht, aber wir haben es mit ihnen abgesprochen. Wir hoffen, dass auch die Mails noch angekommen sind. Ja, wir hoffen, dass alles angekommen ist. Team BIOS. Ne, der uns angeschrieben ist, der hieß BIOS. Genau, und dann haben wir noch die Entropia. Die sind aber auch da, oder haben die sich schon... Die haben... Die haben... What? Achso, Kampf mit sich selbst, verstehe ich. Ja, machen wir wieder ähm... Split and Destroy. Auf jeden Fall hier... Ja, was fusioniert, das kann man ja auch fusionieren. Jetzt gleich noch 20 Sekunden Konzentration. Ja, das passt. So, jedenfalls Clou an der Geschichte ist, dass wir für die zweite Runde, also wenn quasi auch die, die neu dabei sind, gesehen haben, wie das Ganze funktioniert und wie es abläuft und was man braucht und was man nicht braucht, um hier mitmachen zu können, für die zweite Runde würden wir dann live aus dem Publikum rekrutieren. Ähm, also wer dann in der ersten Runde Spaß hat und denkt, ooooh, und bevor er platzt, kann er sich gerne mit oder sie hier hinsetzen. Ähm, im Groben geht es darum, dass Begriffe, für die, die den Fahrplan noch nicht gelesen haben, ähm, dass wir Begriffe darstellen, ähm, die so aus der Netzwelt, IT und alles, was irgendwie mit Strom betrieben wird, ähm, und dann auch von Zeit zu Zeit gesellschaftliche Auswirkungen hat, ähm, darstellen in Bildform und ab und zu mal ums Eck und manchmal unten durch. Und manchmal ist es auch ganz einfach. Und das soll einfach erraten werden. Wir haben, äh, und das ist, äh, in ansteigender Geschwindigkeit. Wir zeigen auch gleich mal den ersten, äh, wenn es dann losgeht, ähm, die ersten Bilder und dann wird es, glaube ich, relativ schnell klar. Okay, aber wir können ja schon mal die Teams auf die Bühne holen. Ähm, hallo? Ihr seid wie viele? Jetzt jeweils drei. Drei, super, perfekt. Okay, bitteschön, ihr kriegt hier diese Redestäbe, die indianischen. Bitteschön. Hallo? Sehr schön. Also ihr könnt ja erstmal... Zwei Teams. Zwei Teams. Guten Tag. So, ihr könnt ja gerne euch erstmal, äh, kurz, erstmal einen Applaus natürlich, für die, die sich trauen hier öffentlich. Also hier, äh, ein halbes Mikro für euch, halbes für euch und zwei für euch. Okay. Genau. Ihr könnt euch ja mal kurz vorstellen, was ihr so, äh, wer ihr so seid und, äh, was ihr so, äh, wie, warum denn Nougat Bytes? Wir sind die Entropianer und wir gehören zu denen, die auch schon mal das von euch kopiert haben und deswegen trauen wir uns heute hierher. Ah, super, okay. Ihr habt quasi eure kognitiven Schilde schon mitgebracht. Sehr schön. Okay, Team Entropia. Und wie sieht's denn bei euch aus? Äh, wir, wir sind das Team, seit eben Team Bios und, äh, wir haben bei der, äh, Gullah Speiz das letzte Mal gewonnen. Also eigentlich waren wir ein anderes Team und eigentlich haben wir abgesagt, aber egal. Okay, super. Und wir sind hier, um zu gewinnen. Okay. Wir auch. Ja, das geht nicht. Okay. Ihr habt das zu spät gesagt. Ihr seid also hier to... Und wir haben den Pinguin. Hier to read and not to read. Was? Okay, ähm, das sind eure Monitürohre, sie zeigen auch exakt die gleichen Bilder. Ihr seid dann zu fünft, das ist unfair. Na gut. Aber er darf nicht mitreden. Ja, ich glaube, es geht hier auch nach, nach, äh, Hirnzellen und ich glaube, hier ist, der ist so ein bisschen fremdgesteuert. Also von der Physik, meine ich. Gut. So, jetzt kriegt man, jetzt könnte, ich habe keine Garantie davon. Okay, äh, Bima, Kasse 12, bitte auf die 17. Also wir können den Input live schalten. Ja. Das ist die Maus. Die Sendung mit der Maus. Habe ich schon was gewonnen? Äh, Anerkennung von einer bestimmten Gruppe von Menschen in diesem Raum. Aber ich weiß nicht, ob es die richtigen sind. Okay. So, finde ich gut genug. Ich kann, ja. Ja. Licht aus. Oder dimm. Ich kann dir das verpächtigen. Ich kann dir das verpächtigen. Langsam jetzt mal runter. Ah, das ist das Dunkel. Ich glaube nicht. Ja, aber da ist ja noch schlecht. Es wird halt nur einfach eine Netzform. Ich habe einen Typo in Loading. auf. Hast du dir gesagt. Laut. Schönen. Wir fangen nochmal von vorne an. Was? Oh no, come on. So Ben, hier. H2O. Du hast drei, ich hab eine. Tja, mit wem hab ich das für abgemacht? Hör nur ich das ganz leise oder ist das für euch auch leise? Ah, mehr Bachs. H1O. H3O. 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 H2O. H3O. mit kurzer verspätung sind trotzdem alle anschlüsse erreicht worden und jetzt machen wir noch die öffentliche Team-Namen-Vergabe, also wir hatten das frisch getaufte, ach ne wir hatten hier Entropia. Machen wir es jetzt für uns A und B oder für euch A und B? Also Team A wären die. Genau, also BIOS-Sternchen somit. Wir möchten gerne Nougatropia genannt werden. Weiterhin könnt ihr Unicode? Wir schon. So, ja. Nougatropia. Los geht's. So, dann fangen wir mal an. Ich hoffe, dass jetzt alle Bilder in dem richtigen Format vorliegen. Und, äh, so. Das ist ein Nougat-Bite. Genau. Die Punkte steigen an, aber nicht so krass viel. Also es gibt vier Punkte. Vier Bits. X-K-CD. Ja, das war natürlich richtig. X-K-CD. Wir sind noch ganz am Anfang. Ja, wir fangen bei Megaleichtern. X-K-CD. Ihr könnt auch gerne laut denken. Ist das das First Amp? Nein. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ihr könnt auch einfach sprechen, ähm, denn... Winner! Winner! Yeah! Sehr schön. Ihr müsst euch nicht für irgendwelche Lösungen entscheiden. Ihr könnt einfach, äh, Durchzug, äh... Genau. Also, wenn das Richtige dabei ist, dann, äh, es geht ums Reden und ums... Äh, genau. Und mitmachen. So. Drittes Byte. Wir machen das wie vor... Bios? 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 Ihr seid ja dran. Wir machen das wie vor drei Jahren, dass, äh, Leute, die es wissen, im Polykom nicht, nicht laut schreien, sondern die Arme heben. Ja, ja, richtig. USB natürlich. Die umfassend systematische Bingo. Okay, sehr schön. Übrigens, äh, wir haben eine kleine... Nein, äh, wir haben, äh, ähm, weil wir das nicht so sämig haben wollten, äh, die Regeln etwas verändert. Und zwar ist es jetzt so, äh, dass jede Gruppe, die dran ist, ähm, ähm, für 42 Sekunden lang alleine raten darf. Und wenn das überschritten ist, für weitere 23 Sekunden beide Teams gleichzeitig raten und einwerfen können. Das sieht man da unten an dem Balken. Der ändert an seine Farbe und, äh, blinkt und... Ne, der ändert nur seine Farbe. Ähm... Und weiter geht's. Bios? Nee, nur Gott. Bier? Ich würde sagen, das ist IT-Kraut. Bier? Genau. Sehr schön. Hm, die waren etwas leichter, habe ich das Gefühl. Gut, na, wir fangen ja an. Byte 5. Jetzt Bios aber. Vier, fünf, sechs, sieben. Ja, Hände. Das ist jetzt so eine Glockenkurve. Ja, schön, schön, schön. Genau. Wenn alle noch Geld hochhalten, haben wir die Ackermann-Funktion. Bios, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst laut, laut denken. Also ihr habt gewonnen das letzte Mal, ja? Ja, das ist eine Affeninsel. Ape Island. Monkey Island, yeah. Monkey Island, yeah. Okay. Sehr schön. Aber ist ja okay, wir müssen ja erstmal den Möglichkeitenraum etwas ausloten, indem wir dann sozusagen die Ideen entwickeln. Weiter geht's. Nougatropia. Wer ist das? Ja, sehr schön. Angela Merkel. Biolek. Also weder Angela Merkel noch Wolverine, ja? Bitte. Wolverine ist der mit den Haaren, ja? Okay, was, was, sagt noch was? Also wir sind ja hier, wir sind ja hier auf dem CCC. Das hat ja irgendwann... Wir wissen alle drei nicht, wer das ist. Wir sind echt dumm. Schlipsträger. Okay, wir gehen jetzt gleich und jetzt... So, es geht gleich in den gelben Bereich, wo dann beide losraten dürfen. Jetzt kommen uns... Ich höre aus dem Publikum Gregor Gysi. Ja, das ist richtig. Ja, aber das ist nur der Politiker, oder? Aber das ist das neue Protokoll für... Nein? Nein, genau. Sollte es zu den ersten Hinweisen kommen? Spielen wir das mal durch mit den Hinweisen. Also, ich glaube, du musst... Ja, nee, ist ja noch Zeit. Also die haben ja noch Zeit und du musst da drücken. Okay. So, der erste Hinweis und ein Bit wird abgezogen. Es handelt sich um ein Programm, was gesucht ist. Gysi... 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 Moment. Das notiere ich auch auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Okay, wir geben den zweiten Hinweis. Ah, einige haben es. Hände, Hände, Hände. Gibt's? Ja, sehr schön. Mal sehen, ob die dann noch oben bleiben, wenn die Lösungen kommen. Okay, die ersten sterben da hinten vor Lachen. Es dürfen beide Teams lösen, oder? Beide Teams. Beide Teams können probieren. Ja, genau. Linke! Linke? Ja! Ja! Äh, äh, das ist jetzt B, richtig? Genau! Genau! Da muss halt ein Linker. So, ist das Problem? Ähm, mein Akku ist leer. Aber... Gibt's hier Strom auf die Dose? Ja, fast leer. 20 Minuten. 20 Minuten haben wir noch. Okay. Hast du was anderes? Geht der Spielgang verloren? Nein, 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 natürlich nicht. Der ist gespeichert in biometrisch transferierten Tropik-Kristallen. Ähm, Engel? Strom. So redet er mit mir auch immer. Ne. Die sind alle leer. Da ist keine Stromlinke drin. Kein Strom aus der Dose. So, wir machen mal weiter. Äh, B, richtig? Ne, das war A. Achso, wir hatten ja schon... Haben wir dafür jetzt Punkte bekommen? Habt ihr jetzt schon? Moment. Ja. Ja. Wow! Vor allem ist sofort aufgeladen. Das ist total super. Kombiniere Stecker mit Dose. Wer hätte das wissen können? Ich kann das nicht tun, Sam. Weiter geht's. BIOS. Oh, ich hör das Knistern der Synapsen. Hände. Ich seh Hände, ich seh Hände. Ja, Hände. Oh, sprecht nicht. Sagt einfach mal, was ihr seht. Das hilft immer ganz gut. Sprecht mal, sprecht mal. Sagt mal, sagt mal, was in euch passiert. Was, nochmal? T-Party. T-Mas? T-Party. T-Mate? Nein. T-Party. Nein, nein, nein. Sprecht ruhig, sprecht ruhig. Vermutlich ist irgendwas Forty. 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 Ist das ein Ei? Ja, zum Beispiel. Green-Eye-T. Yes. Beide können raten. B. Richtig. Ja. Das ist der Green-Eye-T. Okay. So, Nucatopia. Und wie ihr mitgekriegt habt, haben sie nach den 42 Sekunden geschmacht. Hier sind wir dran, oder? Ja. Das ist irgendwie Shell vielleicht und irgendwas Kryptisches. Das sieht schon so nach der Seashell aus. Nein. Nein. Ich droge nicht. Weiter. Ja, das stimmt. Shell-Skript. Ah, Shell-Skript. Das sind die Runen in der Muschel. Okay. Okay. Die aus Beginn. Ist schön, bis jetzt waren noch keine schwarzen Bilder dabei. Auf jeden Fall. Super. Okay. Die haben es verstellt, dass ein Root geht. Genau. Ja, ein Root-Kid. Erlangung von. Von was denn? Ja, da stand noch mehr. Atmen in den Rechten. Los geht's. Hase und Schöpfer. Ja. Wie nennt ihr das? Okay. Weiter. Sprechen und Denken. Sprechen und Denken. Haskell. Ja. Very nice. Nicht schlecht. Sehr schön. Ich hab gewettet, dass das keiner errät. Aber gut. Okay. Sehr schön. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Stream of Consciousness. Einfach sprechen. Was seht ihr denn da? Nicht Pädobär. Nein, das ist... Wer weiß. Vielleicht ist das der Pädobär. Was seht ihr denn da? Alf? Alf, ich. Ja. Und die Dame? Der Alf ist ja unscharf. Was ist war für ihn? Also diese diskreten und subversiven visuellen Hinweise. Das ist nicht AFS, oder? Nein. Jetzt platzt es gleich. Jetzt. Nougatropia steigen ein. Warum sehen die eigentlich nicht den schönen Ladebalken auf ihrem Bildschirm? Ja, der Ladebalken ist bei uns abgeschnitten. Das ist sehr blöd. Vielleicht kann. Ähm. Okay. Aber ihr könnt ja trotzdem was sagen. Ihr Name mit X, wie auch immer sie heißt. Wie heißt sie denn? Na, Moment. Es kommen erst Hinweise und dann fragen wir das Publikum. Der erste Hinweis. X, X-Files. Gut. Okay, bring it on. Weiter. Okay. Ja, so schlau warst du ja schon. So weit waren wir schon. Okay, dann darf jetzt das Publikum ein Hinweis geben, wer die Dame ist. Ah, Lin. Linx. Das geht auch. Ah, ja, das kann man auch nicht. Ich glaube, das wird mal gelten. Na gut. Es ist natürlich Linx. Linx. Aber Linx ist natürlich auch schön. Also in dem Sinne lassen wir... X-Files. Der war aber unscharf. Oh mein Gott. Und den hätten wir uns auch nicht getraut. Also wir haben 120 Begriffe und haben auch sortiert. Ja, ja. Die schlechten. Wir haben zum Schluss noch einen kleinen Ausschnitt von dem, was wir euch erspart haben. Okay. Ah. No. Ähm. Gut. Black Screen of Death. Ja, das soll nicht so sein. Genau. Ja, wir sprechen... Reda, das Bild oder ist das Absicht? Nee, das ist keine Absicht. Das ist... Eine weiße Maus. Wenn man mit zwei verschiedenen Versionen des gleichen Programmes Bilder bearbeitet. Okay, aber einfach drüber... Sollen wir die Augen schließen? Ja, ich mache einfach weiter und keiner kriegt Punkte. Ja, wir kriegen Hinweise. Super. Ja. Publikum? Also Moment, Moment. Ich beschreibe das mal kurz. Also man sieht einen Saal mit Amtsinsignien an der Wand, wo auf der Frontbank Untote sitzen und auf den Seitenbänken auch Untote sitzen. Wir machen Bilderrätsel. Und einen einzelnen auch. Das war der Zombie-Prozess. Und das war der Zombie-Prozess. Naja, schade. Gut, weiter geht's. Tja. Die Umlaute. Zombie-Prozess? Okay, ja, hau weg. Das passt. Gut. Oh, schade. Jetzt war es wenigstens gerecht, ne? Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weiter. Ja, hättet ihr mal Portable Net Benutzt, ne? PNM. Ja, stimmt. Aber es gibt genug, die sicher funktionieren. In dem Sinne ist das nicht so schlimm. Okay, Bios ist übrigens dran, falls es jemand mag. Is it an Agent? Nein. Der ist ein bisschen weiter weg. Wir haben uns jetzt schon auf höhere Gefilde begeben. Was seht ihr denn? Was für Elemente sind denn in diesem Bild vorhanden? Naja, wir haben Neo, wir haben den Agenten, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Wir haben irgendwie zwei Fäuste. Zwei Fäuste für eine Matrix. Im Regen. Genau. Was gibt's denn noch für Bildelemente, die da... Regen. Ja. Rainbow Table. Nein. Hatten wir schon. Beide raten. Beide können. Nugatrobia, habt ihr eine Idee? Matrix Multiplication. Matrix Match. Nein. Es regnet. Es regnet. Immer wenn es regnet. Winter. Okay, ich glaub, es ist Zeit für... jeden Ball. Okay. Also. Es ist ein Programm. Das hilft noch nicht weiter, wie ich in die Gesichtern sehe. Weiß es irgendjemand? Dropbox? Es ist lösbar. Bitte? Dropbox. Ja, Dropbox. Warum ist das Dropbox? Sie boxen und es trottet. Sie raindrops? Ja. Mal schnell weiter, mal schnell weiter. Genau, Dropbox. Es war Dropbox. Flick. 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 Flick ist auch gut, aber nicht richtig. Flick. 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 Genau. Flick. Flick. Ja. Flick. Martin. Oh mein Gott. Es gibt Dinge, die man vergisst. Und wenn man sich erinnert, dann... Wie alt seid ihr nur so als Fra... ... egal. Ja, bricht der Tag wieder an. Es geht scheinbar um dieses Storage-Medium, was so diese CDs waren früher. Legacy. Stimmt, Legacy-Support ist in manchen Rechnern noch drin, aber es geht um mehr. Was seht ihr denn da? Ihr seht... was? Mag das die Hitbox sein? Ja. Uh, nein. Yeah, eiskalt. Es ist die Hitbox. Okay. Uh. Wahrscheinlich wissen die einfach nicht, was eine Hitbox ist. Das ist das Problem. Kegel und Timer. Der ist kurz vorm Time-Out. Ach so, doch. Nuka-Tropia. Ja? Doch, doch. Der Hit-Counter. Ja, manche... Vielleicht. Ja, es gibt Hände, es gibt Hände. Manche strahlen und manche... Manche pinken ab. Ah, geh mal raus. Manche niesen, ja, auch richtig. Okay. Also ich sehe überwiegend lächelnde Gesichter. Ja. Okay, wir sind gleich am Strich. Ja, beide dürfen ran. Pin-Timer. Nein, nein. Kegel. Und auch die Freunde an den Ferngeräten. Kegel. Ja, schon. Okay. Na los. Also. Der erste Hinweis. Es sind alle abgeräumt. Alle. Viele... Viele... Strike. Counter-Strike. Oh, yeah, nice. Sehr richtig. Okay. Okay. Oh, das ist gut. Sehr schön. Okay, ist noch alles offen? Da geht noch was. Da geht noch was. So, weiter. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Mauer? Ja, gut. Hände hoch. Wow. Nicht schlecht, oder? Sie sind großartig. Was haben die denn da auf die Wand gemalt? Greeting? Da haben wir nichts dran verändert. Ah, okay. Das war damals so. Das war früher so. Wall-Message. Double your all. Doch, sieht man. Gut, noch fünf Sekunden. Firewall. Yes. Firewall. Mit dem Feuerwerk, ja. Wir wollen auch mal so ein einfacher... Ja, aber wir haben eigentlich eher an Feiern gedacht. Aber es ist... Naja, gut. Nee, das ist auch die Feier. Ja, das ist also, genau. Aber gut. Lässt Interpretationsspielung. Jetzt gibt es eine lustige Intervention. Und zwar, wir drehen jetzt kurz für fünf Bilder die Sache um. Und zwar geht es darum, dass die Dinge, die ihr raten sollt, Filme sind. Und wir haben sie mit geekigen Dingen dargestellt. Genau. Sonst haben wir immer mit weltlichen Dingen Informatik und digitale Sachen dargestellt. Und jetzt versuchen wir es mal einfach umgekehrt. Das ist nur eine kleine... Ein Experiment. Wow! Mano. Das ist schade. Das ist auch richtig. Statt hat euch eh ganz gefilmt. Naja. Publikum gibt es bis in der Hände. Ja, eigentlich hier vorne. Die müssen wir nachher mal... Ja. Beflash. Okay. Dann lassen wir die einfach nochmal weg. Es wird nur das Fitte ausgegeben. Nein. L. Nein. Nein. Beide Ratten. Die L-Word. Was? Gibt es noch so eine komische Serie oder einen Film L-Word? L-Word. Nein. Nein. Okay. Big L. Nein. Nein. Ja, wir geben meinen Weißer. Dann geht es los. Beide können raten. Ein Array. Ein Array, ja. Ein Array. Ein Array. Das gehört nicht zum Spiel. Mit Elementen. Das ist Element. Ah, es ist nämlich nicht das Vierte, sondern das Fünfte. Wunderbar. So. Sehr schön. Ich fühl zu. Okay. Das waren die Anderen. Bitte. Haben wir da gerade einen Punkt bekommen? Habt ihr uns Punkte gegeben? Das waren die. Habt ihr das nicht gerade gesagt? Nein, nein. Sie haben das Vierte gesagt. Wer merkt sich das? Merkt euch das mal. Das war glaube ich vier Nougat-Bytes. Genau. Okay. Weiter? Ja. Ja, weiter. Genau. Das ist, ähm, ja. Nougat-Tropia. Ihr könnt laut sprechen, laut denken. Also, der Korrektheit wegen muss man sagen, dass die Zeilenumbreche nicht mit Backslash gekennzeichnet sind. Also, die Farbe ist violett. Nein, bitte nicht. Nein. R, R, Rot, E. Ist das Grün? Das ist mehr. Clockwork Orange? Ja. Nicht gleich. Sehr schön. Was? Das funktioniert nicht? Das funktioniert aber nicht. Warum nicht? Ähm, der Showdown kommt jetzt wieder im... So, das ist bei euch alles abgeschnitten. Und der Showdown kommt wieder im klassischen Nougat-Bytes-Stil. Genau. Ah, der Fit. Der Fit. Ubuntu? Fast. Fast. Stellt euch einfach vor, die Kuh... Ubuntu. Ja. Kubuntu, ja. Richtig. Okay. Stellt euch vor, die Kuh hat noch ein U. Genau. Okay, los geht's. Engel? Nein. Also, das ist was zum Tragen, ja? Für vier Personen? Ja. Engel-System. Ähm, da ist was abgebildet. Und darauf bezieht sich das auch. Steckt man in sowas nicht üblicherweise Tote? Tote? Hm, da war was anderes drin. Ganz konkret. Gibt's denn Leute im Publikum, die wissen, was abgebildet ist? Ah. Und was ausgeblendet ist und noch eingeblendet geblieben ist? Ich glaube, wenn man das weiß, dann weiß man das, glaube ich. Weg sind die Nerdcreds, ja? Hm. Die Nerdcreds. Okay, also es hat ratlose Gesichter. Okay. Wir geben Hinweise. Wir geben Hinweise, genau. Das erklärt einiges, oder? Okay, der nächste. Das Volk ist Israel. Ja. Schreit, wenn ihr was wisst. Wisst ihr irgendwas? Die Arsch of Alliance. Das hatte ich. Hm? Wie bitte? Ihr könnt beide. Jetzt könnt ihr beide. Ja, ja. Arsch of Alliance. Eine tragbare Bundeslade oder sowas. Manche Sachen sind ein bisschen auffälliger dargestellt. Ich sag's auf Englisch. Ich sag's auf Englisch. Der Bundesdrujana. Welcher Teil ist Verfolgung? Bars. Penta-Bar? Nein, nein. Gut, vielleicht sind sie nicht eckig genug. Gut, dann kommt die Auflösung. Publikum? Genau, das sind die Ladebalken. Dazu muss man natürlich die Bundeslade irgendwo aus seinem allgemein irgendwann in der Schule geprägten Gehirn oder später auch. Keiner kriegt Punkte. Okay. Bios. Seht ihr was? Was seht ihr? Wir haben hier Ossi Osborn als Puppe. Vielleicht ist es Puppet. Nein. Vermutlich nicht. Ja, weiter denken. Ist schon mal gut. Schon mal gut. Die Richtung ist auf alle Fälle sehr... Ist die Blickrichtung wichtig? Äh, nein. Ja, nein, Frank. Nein. Nein. Publikum? Gibt's Leute, die da... Oh. Niemand bisher. Bisschen im Kopf spielen mit dem Begriff, was ihr da gerade gesagt habt. Dann wird was draus. Wir sind auch schon bei beiden jetzt. Seht ihr mehr? Seht ihr mehr? Sprecht mal ins Publikum. Äh, Publi-Phon, meine ich. Phonikum. Da steht Black Sabbath. Das ist eine Band. Ja. Das gibt Streetcred. Kennt nicht mehr jeder. Ja, den hatten wir ja schon. Sagt das nochmal? Na, das ist Ossi Osborn. Genau. Weiter geht's. Osborn, der Computer. Der echte. Nein. Da gibt's riesengroße Hände. Die reichen bis zum Himmel. Okay, also alle sehen ziemlich ratlos aus. Okay. Ein Fake Packet, Puppet, irgendwas? Nein. Nein, nicht so dembar. Komm, bring it on. Das Publikum? Osimodell. Ja, das ist das Osimodell. Das Osimodell. Also, das geht ja schon an der Realität vorbei, oder? Also, ja. Das Modell. Das Modell, genau. Also, Referenz, okay. Da können wir drüber streiten, aber Osimodell ist auf alle Fälle... Die spielen aber nicht Worms, oder? Ne, das sind echte Menschen. Also, es sind eigentlich Lichtpunkte auf einer Oberfläche, aber es repräsentierend ein Foto, wo Menschen drauf sind. In dieser Welt bewegen wir uns auch. War der Zaun da unten schon vorbei mit den Vögeln, die da zugucken? Das sieht irgendwie künstlich aus. Ne, die sind ja passive Beobachter, kommen zu und sind unbeteiligt. Die, die stehen da, die eideln da so rum. Ist das Jetpack ein Fotoeffekt? Scheiß, der Papst den Wald. Ja, also ich meinte schon den Fotoeffekt. Beide können raten, aber ist ja wohl falsch. Plattformwechsel? Was? Plattformwechsel? Plattformwechsel, nein. Aber es ist auf alle Fälle... Da riecht es nach Plattform? Nein. Nein. Publikum, gibt es Arme? Long jump. Es geht natürlich um den... Oh, es gibt Leute, die es wissen. Sehr gut. Wir machen mal Hinweise. Also, worauf stehen die Leute? Hatten wir schon. Ja, mach weiter. Genau. Der Raketenmann braucht diese nicht. Plattformunabhängigkeit. Plattformunabhängigkeit, genau. Ich habe jetzt hier das P zuerst gehört. Ja? Also, ich habe es von hier zuerst gehört, das P, aber was sagt ihr? Ja, Bios, wir hatten hier so einen leichten Bias und deswegen kann man das ja gleich ein bisschen... B, B, ja. Ja. Gut, hatten wir es. Jumper! Jumper ist auch gut. Okay, Bios, was seht ihr? Ein Sprung, ein Sprungzeiger, Wake, eine Messung, gut. Geht's weiter, woher kennt ihr das? Quake 3? Quake 3? Ja, das ist irgendein... Quake 3? Quake 3. Er hat es gesagt. Ja, es ist Quake 3. Da kriegen wir die Punkte dann aber auch. Wir wollen auch mal Punkte bekommen, wenn wir... Ja, wir wollen jetzt die Punkte haben. Sehr schön. Es gibt jetzt auch übrigens volle Bites, ne? Ja, jetzt geht's da auch. Nougatropia, ihr mögt doch anderweitig einfach nur Varianz. Er schaut immer gleich. Ihr kennt das aus früheren Leben. Also wenn er eine Schleife tragen würde, dann wäre es die Schleifenden-Varianz. Schleifenden-Variante. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber es ist leider nicht... Lougatropia, noch... Es endet immer auf Boshaft. Ja... Und rechts ist immer Boshaft. Tatsache. Das stimmt. Ja, ist der Name des Schauspielers relevant? Also ja, Till Schweiger ist das. Nein. Ist das relevant? Multi-Path oder sowas? Nein. Multi-M-Path? Nein. Nein. Publikum, gibt's Arme? Ja, da gibt's Arme, okay. Gut, es ist also wissbar. Wir geben den ersten Hinweis. Sind das spezielle Mimiken? Es sind Launen oder Mut. Emotionen. Wirklich? Emotionen. Wir geben den zweiten Hinweis. Emotionen. 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 Meme. Regulärer Ausdruck. Ja. Oh, sehr schön. Sehr schön. Vor allem... Genau. Gut, das mit dem englischen Begriff kommt da nicht so hin. Regular Expression. Aber Regular Expression, regulärer Ausdruck. Richtig, richtig. Sehr schön. Genau. Okay. 33. Bios. Was seht ihr? Was seht ihr nicht? Wir sehen irgendwie eine Zeitkurve. Zeiten... Traceroute. Ray Tracer. Lass mal gelden. Lass mal gelden, ja. Ray Tracing. Braucht er noch einen Moment? Ray Charles, genau. So. The big picture. Das ist der letzte Begriff auch, ne? Ich glaube, ja. Der von jeder Runde. Ich hängt ein Bild auf mit zwei Leitern. Ja. Das ist schwer, aber wir brauchen viele Leute, finde ich. Ja, sehr gut. Ja, so denkt man laut. Image Support. Nice, nice. Aber nicht richtig. Achso, gut. Das Schiff brennt, oder? Das erkennt man gar nicht, was da drauf ist. Ist es egal, was drauf ist? Ja. Ja. Die tragen ja auch alle Handschuhe, aber... Das ist beteiligt. Switch Renderin. Aber es ist nicht einfach ein Support-Team. Nein, nein. Aber sie tragen Handschuhe, richtig? Sehr richtig. First Level Support. Auch schön, auch schön. Ich stelle mir einfach vor, das ist ein Wertgeschoss. Also sie fassen das Bild nur mit Handschuhen an. Ja, sehr wichtig. Ist das wichtig? Ja, das ist wichtig. Safer Support. Okay, dann gibt es jetzt die Hinweise. Wie gesagt, das ist das letzte Bild. What is smoothed here? Weiter. Moving window? Yes, a picture. Moving. And this group is conscious of real experts. MPEG. Ja, es ist MPEG. Und zwar Team Moving. Moving Pictures Expert Group. Sehr schön. Der Fan-Grabber ist auch sehr schön. Es gibt noch welche. Oh ja. Ja, jetzt ist es das letzte. Okay, jetzt ist es das letzte. Das letzte. Tor. What? Tor. Tor. Was? Onion Rooting. Yes. Onion Rooting. Dieser Mensch, den unheimlich ähnlich sieht, schneidet Zwiebeln in Rot-Krauten. The Onion Rooter. That's why, English audience, you should not listen to this. Okay, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt das letzte. Das ist auf alle Fälle das letzte, ja. Das ist eine Walnuss, irgendwie ist ein Dollarzeichen oder ein S in diesem Zaun, ein Weites dahinter. Ihr weißt das richtig, ja. Sehr schön, sehr schön. Stimmt soweit? Das weiß auch noch niemand. Umso schöner für die Porn. Gibt's Hände? Aber nicht irgendwie Nutshell oder sowas. Nein. Jemand stirbt gerade. Ambulanz, Reihe 12, Ambulanz, Reihe 12. Ja, Reihe 3 auch. Reihe 7 auch. Das ist bestimmt der Gatekeeper für die Walnuts. Nein. Hm, nein. Da sprechen wir nachher nochmal drüber, was das nun wäre. Ihr dürft mitraten. Ihr könnt mitraten. Ja. Das ist ein Wort für Arten. Okay, Sie erstarren. Das ist klar, ja. Jailbreaker. Also die 3ED-Adenordnung auf dem Bild ist gleichzeitig auch die Begriffsanordnung in dem Sinne. Was? Die dreidimensionale Anordnung. Okay, wir gehen mal hin weiter. Es handelt sich bei der Lösung um eine Person. Okay. Wir haben eine zweite Runde, ne? Weiter geht's. Der Typ ist Bruce Lee übrigens. Nut? Nein, nein. Ich glaube, die brauchen noch einen. Mit Nuss vor einem Tor im Wald. Linus Torwals. Linus Torwals. Okay. Sehr schön. Gut. Der finale Stand. Oh, da hat Bios ganz schön aufgeholt. Gut. Vielen Dank an die beiden Teams. Sehr gerne. Plus die Punkte, die jetzt auch nichts mehr ausgemacht hätten. Ja, die waren. Jetzt waren noch vier Punkte drauf. Dankeschön an euch alle. Ich wollte noch kurz daneben bleiben. Genau. Wir nehmen euch, glaube ich, meine Mikros weg. Ihr könnt euch schon mal an eure Plätze begeben. Und währenddessen kommt ein kleines Intermezzo noch mit Dingen, die wir euch erspart haben. Und währenddessen, das kannst du ja machen, würde ich schon mal Leute, die Teams werden wollen. Okay, dann kommt mal hoch. Flash Team. Soll ich schon mal? Ja, mach du mal. Wir haben natürlich nicht nur die Begriffe uns ausgedacht, die wir gezeigt haben, sondern auch Begriffe, für die wir auf jeden Fall ein Buch kassiert hätten, die aber trotzdem irgendwie, wenn man sie dann zeigt, als das haben wir euch erspart, dann trotzdem wieder lustig sind. Da kann das Publikum jetzt noch einmal mitraten. Sehr schön, ihr Schnaps. So. Wo sind die anderen? Weiß es jemand? So, gibt's da noch Freiwillige? Ich höre nichts. Analog. Uuuuh. Dafür hätten wir ein Buch kassiert. Sehr schön. Genau, Intendent Booth. Okay, wir brauchen noch Leute. Wer möchte denn als zweites Team? Jemand weiß es. Achso. Das ist der Big Brother Award. Uuuuh. Es braucht die. Es braucht die. Na unten steht das Stempelstampe, bevor ihr noch reingeht. Achso. Ja, ja. Bärbohnen habe ich gehört, genau. Zwo. Und das war's dann auch für die erste Runde. Sehr schön. Okay, wir haben den ersten hier. So, traut euch. Sprich mal. Es gab doch Leute, die noch Spaß dran hatten. Gut. Möchte noch jemand? Möchte sich noch jemand hier dazugesellen? Das wird sonst sehr unfair, Leute. Ah, wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir den nächsten. Traut sich. Wunderbar. Jawohl. Und noch jemanden. Wunderbar. Willkommen auf der Couch. Willkommen. Setzt euch. Hier sind genug. Genau. Also, bitteschön. Für eure Sprechgeräte. Passt das? Kriegt ihr? Passt auch. Hobbits oder Zwerge. Ich mach's mal so, ne? Okay, sehr schön. So, dann fein mal ab. Und dann brauchen wir mal. Wie wollt ihr euch denn nennen? Saras Knechtschaft. Wow. What? Saras Knechtschaft. Du bist Sarra? Ich bin Saras Knechtschaft. All right. Okay. Saras Knechtschaft. Wie sieht's denn bei euch aus? Wollt ihr euch irgendwie nennen? So die wilden vier oder so? Oder Quadro Stagioni? Sprech ins Mikro. Team Random? Random. Team Random. Okay, wir haben... So? Ja. Oder lieber... So? Ja, so ist auch... Von null. Von null. Und das war Saras Knechtschaft. Und sie ist Sarah. Mit H. S-Z-A-R-A. S-Z-A-R-A. Oh mein Gott. Minus Knechtschaft. Bitte? Minus Knechtschaft. Das. Minus Knechtschaft. Mit S. Und das ist alles seine Knechte. Eigentlich bin ich in dem Team hier. Nette Knechte. Sehr schön. Das ist der T-Shirt. Yay. Okay. Random. Dann geht's jetzt mal los. GNU. 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 GNU E-Max. GNU Dash. Das ist... Irgendwas mit GNU. General. Erstmal nur random. Ja? Wir dürfen noch nicht. Ja, sprecht. Sprecht und denkt. GNU schnell. GNU Teller. GNU Dash. Wir sagen mal einfach. Wunderschön. Aber sehr gut. So machst du weiter. GNU Teller. Sehr gut. Na jetzt haben wir drauf. Jetzt durft ihr. Genau. Aber schön für den ganzen Elan. Grot. Superstar. Deutschlandseite Superbrot. Grot. Brett. Brett. Bernd. So geht's gut. Krautschein. Sehr gut. Weiter, weiter. Ihr habt drei Mikros. Ja. Ja, wir haben die. Ja, ja. Aber keine Idee. Wer sind Sie da wohl? Berndes Brot. Okay. Hände im Publikum. Bernd im Typen. Ja, nice. Okay, ein paar Leute. Brett. Brot. Bernd. Brett. Bernd. Brett. Bären. Broadcast. Aua. Sehr richtig. Ben. Broadcast. Ja, das ist wieder das genau. Okay. Weiter geht's. Random. Ab geht's. Lauter sprechen. Klau deutlich. Zwillinge. Twins. Layer Twins. Layer Zwilling. Dual Layer. Ja. Dual Layer. Sehr nice. Sehr schön. Hey, die sind gut. Ach so, ich muss drücken. Ja. Coat auf jeden Fall mal. Cutlery. Also nicht auf jeden Fall. Raincoat. Weiter sprechen. Die Richtung ist schon mal auf alle Fälle. Der Coat jetzt oder? Raincoat. Die Richtung. Nein, Rainbow Table. Diese Rainbow Table verfolgt uns. Irgendwie, ja. Wir sind gebrannt magte Kinder. Ja. Gefärbte Kinder. Plate. Rain. Regenplatte. Was seht ihr denn da? Besteck. Besteck. Teller. Beidraten. Rain. Essen. Regen. Regenmantel. Ich sehe keinen. Regenmantel essen. Regenmantel essen. Ein was? Raincoat. Rain. Food. 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 Rainfood. Wallet. 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 Okay, ich sehe da Hände. Raincoat food. Ja, da platzen. Wer kennt das Geräusch? Sehr gut. Wenigstens einer. Okay, Hinweise. Hm, zum Essen. Ihr könnt beide raten. Okay, wenn jemand Nein schreit, ist das schon mal richtig? Ein Cape. Escape. Escape! Ganz allein rausgefunden. Ich habe auch nichts aus dem Publikum gehört. Keine Ahnung. Okay, ja natürlich. Escape. Okay, da ist das Überschulme. Regencape. Ja, Regencape. Random mit 4 Bits. 1, 1, 8, Flak. 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 Das lassen wir auch noch erkennen. Ist das ein Flak? Erklären? Luftflak. Ich glaube, das ist schon... Na gut. Also, wir lassen es mal gelten, aber gemeint war Flak. Free-Lossless-Audio-Kodak. Compression-Kodak. Ja, der war so ein bisschen... Aber gut, wir sind noch im leichten Spektrum. Da kann man sich das noch leisten. Los geht's. BCC. Yes. BCC. BCC. Blind Carbon Copy. Yeah. Okay, aber okay, da unten sollte eigentlich stehen natürlich Blind Carbon Copy, aber gut. Ich klicke mal, dass wir Punkte bekommen. Nur wegen der Deutschen. Ja, okay. Ups. 3D-Mark. 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 Very random. Okay. Ich habe Angst vor schwarzen Bildern. Tja, aber ein bisschen... 3D-Mark. 3D-Mark. Ähm... C-Sharp. Halbisch. Also scharf ist das nun wirklich nicht. Groß auf Englisch. Es ist... Moth. 8D-Mark. Ich bin abgeleckt durch irgendwas. Amazon? Amazon Bier? Weiter, weiter. Amazon Kindle? Yes! So, wir haben Flash. Flash Mob. Oh, mir fiel zu schnell. Genau, natürlich. Flash Mob, okay. Na, du warst ja prädestiniert, ne? Stimmt, das hat er doch schon. Ja, cool. Osama? Ender aus dem Publikum? Ender aus dem Publikum? Funktion. Einer weiß es. Laden Funktion. 2. Das ist eine Funktion. Funktion. Terror Funktion. Terror Funktion. Terror Funktion. Terror Datei. Das ist eigentlich ein psychologisches Experiment. Wir holen alles aus euren Köpfen drauf. Funktionsterror. Genau. Funktionsführer. Terror Funktion. Terror Abbildung. Ah, das ist eine Abbildung, richtig. Äh, ein bisschen Abladen, Abbildung. Terror Funktionär. Anti Terror Datei. Nein. Hatten wir schon. Also, Datei sehe ich da nun nicht. Funktion Bin Laden. Aber wir wollen euch da nicht bremsen. Lade Funktionär. Osama. Äh, die Richtung, ne? Funktionär. Terror Terror. Die Elemente sind da. Terror Funktionär. Nein, nein. Terror Funktionär. Das ist nicht. Bin Laden. Hä? Nehmen wir es mit Laden. Ja. Funktionär. 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 Nein. Wäre es zu sehen, das wissen wir schon. Wo sagen wir bin Laden? Funktion. Das ist nicht. Eine Funktion? Ja. Funktion. Funktion überladen. Ja. 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 We make you say things. Ah. Sehr hart. Hey. Ich glaube wir müssen noch nicht warten. Ja. Wenn jetzt noch jemand kommt. Ja. Okay. Sehr schön. Go. 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 Ja. Natürlich. Wir kennen das ja jetzt sich redlich bemüht, was das heißt. Ja. Das ist. Ja. Ihr habt gleich dann die nächste Stufe. Mehr Schnaps. Ach ja stimmt. Ihr habt irgendwie so few. Marx. Koch. Business. Moment. Random. 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 Das ist Karl Marx und das ist ein Koch-Rut. Hände. Marx. Oh. Ah doch. Okay. Im Feiks-Faktor auf jeden Fall sehr hoch. Feiks-Faktor. Wir sollten irgendwie so hoch. Cookies. Cookie Marx. Okay. Hey. Okay. Hände hoch. Marx. Marx. Kommunist. Kochbuch. Ja. Anarchist. Anarchist. Nein. Haben die Kommunisten nicht auch sowas? Auch gut. So. Knechtschaft. Bring it on. Ratet euch die Hörner aus dem Leib. Cookie. Okay. Karl Koch. Ja. Ja. Ja, natürlich. Karl Koch. Wunderbar. Sehr schön die Jahreszeit. 14. Okay. Was haben wir hier? Lachen. Die sind dran. Spiel. Ravensburger Game. 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 Sieg. Na, was ist denn das? Ich hoffe, dass mit Kitzeln nichts Unanständiges gemeint ist. Smile. Äh. Das sind wieder diese Assoziationen. Tickle. 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 In dem Sinne geht sowas gar nicht. Okay, weiter. Für etwas, das für Allge-Massaker verantwortlich ist. Going Postal... Kellerspiele! Ja! Wo war das jetzt? Ich glaube, ich habe es von der Richtung... Ich glaube, ich habe es aus der Richtung gehört. Kellerspiele sofort... Publikum? Random. Ja! Nein! Ja, frag doch die Knechtschaft. Nein, nein, nein. Was Brotig ist, das Lied ich singen. Random, ich habe es auch von da gehört. Mal gucken, random gewählt jetzt. Ich habe hier so einen R-Knopf. Gut. What? Äh, falsch. Fade. Wir sitzen auf der besten Seite. Es ist noch nicht heiß. Hände hoch? Hände hoch? Hände hoch? Hände hoch gibt es schon. Das ist eine... Zwei auf der linken. Ja, sprecht weiter. Denkt weiter. So... Rubberkonkane. Wenn es gelb wird, könnt ihr sofort losbrüllen. Ja. Okay. 3, 2, 1... Konsole! 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 Richtig. Weil Chili ist nicht drin. Chili ist nicht drin, korrekt. Wir brauchen mehr Alkohol! Wir brauchen mehr Alkohol! Ähm, bis dran! 2, 2, 3... Nehmen wir die Maus weg. Ach so, das rote ist die Maus weg. Ähm... Okay, da weiß ich nicht mehr. Haben wir wirklich... Ah, da hinten sind auch noch ein paar. Ja, es wird mehr, es wird mehr. Ja, der dritte... 2... Der Thron Volker! Schön! Aber nicht IT. Und zwar... 2 Thron... 2... Thron 2... 2... 1... Ja… 2... 2... 2 Thron... 2... Nein, ihr habt's schon gesagt. 2 Thron 2. 2 Thron 2. Genau, ihr habt es gesagt. Tetris! Ja. Richtig. Das lass ich noch kurz stehen. Das war zu einfach. Ja, das stimmt. Ja, das war wirklich einfach. Das ist schön. So, wir haben Two Girls von Cup. Yes! An dieser Stelle, dank an Steffi und Joey. Und wir wissen, was drin war. Okay, da geht's. Der kam prompt. Da weiß man, welche Regionen da aktiv sind und schnell zugreifbar. Müssen wir uns noch kurz sammeln? Nee, es geht weiter. 4chan als Bildungseinrichtung. Zucker. Tomaten. Rubion Rails. Nee. Constant. Okay. Sehr schön. Mark Zuckerberg. Richtig. Mark Zuckerberg. Sehr schön. Sehr schön. Aber ihr seid echt wirklich euch dicht auf dem Fersen. Dicht auf der Sohle. Ihr seid auch beide sehr fit. Also, als Teams. Sehr schön. Okay, wir haben White. Und in Box? In der Box. Wir haben Square. We haben White. White Square. 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 Fort Square? Nein. Phantom Square. Phantom Square. Phantom importantly at 1matt. Phantom ärger. Phantom der Roller. Phantom, the box, box, out of the box, yeah, white box, python, phantom, white, phantom, phantom, white, open box, nein, open source, phantom box, sent box, phantom, ii bin für die Box, phantomie, box, phantomie, phantomie, xxxx, ich seid so dicht dran, phantomie, phantomie, wir geben hinweise, den ersten, worum befindet er sich, in eine box, ja, nein, aber die ist nicht echt, virtual box, Wo war das? Ich glaube, es war hier zackhaft später, aber sie waren auf alle Fälle... Das ist nur fair je nach Funk. Natürlich Virtual Box. Genau, ich glaube, das war die Seite. Hey! Na, das ist in Ordnung. Okay. Ja, das ist... Lime-Wire? Ja! Ja! Lime-Wire. Du hast es gesagt, bevor du es verstanden hast. Du weißt, wenn das nächste Bild wäre dann Au-Wire. Au-Wire? Okay, der kommt spät und tief. So, jetzt haben wir wieder unsere Bilderrunde. Die fünf Bilder von Filmen, die etwas geekig sind. Umgekehrt mit... Geekische Filme. Los geht's. Was? Ja, korrekt. Natürlich. Natürlich ist das Matrix. Sehr geil. Strichpunkt übrigens vergessen. In SQL. Das ist Pseudocode. Das ist Pseudocode. Das ist Pseudocode. Obwohl, das ist hofft Link. Informatik ist ja auch voll Pseudocode. 23, yay! Ich wollte dir diese Frage bei einem vielleicht echt... Garantiert ist das jetzt schwarz. Ah, nein. Das kommt schon. Undicht. Life of Pi? What? Life of Brain sagt er. Wenn es einen guten Umfang ist und es WPiR ist der Umfang vom Preis, dann ist es Pi. Dann ist es Pi. Richtig. Kennst du den Film? Ja. Es ist Pi. 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 Natürlich. Nur Pi. Nur Pi. Oder Pi. Pi. Ja, ja. Mit der Bohrmaschine. Genau. Mit der Weltformel und so. Seven? Yes. Ja, natürlich. Besser. Aber es kam langsamer als Two Girls, One Cup. Wir malen ja hier auch Mindmaps von euch. Es ist nicht so, dass wir das jetzt auf Spaß machen. Aber sie folgen sich auf dem... Erstmal zuzulesen. Oh Gott. Twelve once later? Nein. Twelve Monkeys? Ja. Ja, ja. Ja, richtig. Twelve Monkeys. Es gibt einen Compiler-Fehler aber es ist erstmal... Ich hab keine Boo's gehört. Hast du Boo's gehört? Nein! Gut. Selektive Wahrnehmung ist ein Segen. Das ist jetzt schon unfair, gell? Ja. Ich sag's ihm noch. Ihr dürft jetzt einfach sofort beide raten. Black Men. Black Men. Black Men. Black Men. Black. Black Men. Men in Black. 2. Men in Black. 2. 3. 4. 2. Men in Black. Men in Black kam zuerst. Men is Turing Man to. Ne ne, Men in Black ist schon richtig. Es müssen ja zwei sein, weil es Men ist. Sonst wärs ja Men in Black. Deswegen, ja, random. Er hat das gebracht. Showdown. Wieder zurück zu Nougat Bites. Box. Wo ist denn das? Hamburg. Hamburg? Remote Control. Ich höre Würgegeräusche aus dem Publikum. Ich glaube, da hat es jemand. Hände... Oh ja, oh ja. Container, Containers, Screens, Monitors. Container. Bildschirm-Container. Climbuffer. Weiter, weiter, weiter. Screensaver. Window-Manager. Nein? Window-Container. Window-Container. Wie was mit Container? Screens and Monitors. Der erste Hinweis. Wasser, Container und Schiffe. Das bringt uns nicht weiter. Was wird verladen? Screens. Bildschirm. Powered Bay. Bilder. Video-Konferenz. Screen-Shifts, screens. Screen-Container. Screen, model, container, ships. Screen-Monitors only. Wasser, Container, Schiffe, SOW, Community. Wasser-Container. Das ist der Display-Port. Okay. Ja, also Screen Harbour war fast gut. Ich hab das von hier gehört. Noch Bällen. Suicide Job. Nein. Was sind die denn da? Killer Applikation. Schuhe wie alle P.I.M. die Herren. Nein. Nein. Killer. Shooter. Wer ist denn für eine Schauspieler? Ich sehe ein, zwei, drei, vier. Ist das Kurt Cobrand? Ich werde da was Gutes. Killer. Aber wir helfen jetzt extra nicht mehr. Und ihr könnt mitraten. Ja, also auf jeden Fall mal Kurt Cobain. Von Nirvana, der eine Waffe aus... Smoke. Smoke. Weapon. Nein. Nirvana. Abschießen, Prozess abschießen. Nirvana, das Protokoll, um Zombie-Prozesse abzuschießen. Und dann... PS-Doom. Wer ist das? Kurt Cobain. Ja. Ist ein Selbstmord. Ja. Tod? Oder ist Heroin? Kurt Cobain auf! Wir gehen in den dritten Hinweis. Killerspiele. Killerspiele. Hatten wir schon. Äh... Sex ist... Kokain? Lassen wir jetzt mal stehen. Jemand platzt. Digitale Gesellschaft. Drugs? Drogen? Sex, drugs oder heute? Alter! Okay, wir fragen ins Publikum, oder? Ja, Publikum. Ego-Shooter! Ego-Shooter! Korrekt! Wir haben uns getraut. Ist ja auch schon nach 0 Uhr. Genau. Oh, das ist... Ach, Scheiße! Okay, jetzt wir. So, wir haben ein Badge. Das ist nicht schon Badge. Da muss man genau hinschauen. Oh, ja. System of a Down Badge? Keine Ahnung. Badge? Okay, da hinten wurde es gerade erkannt. Hier vorne gab es auch schon... Ende, Ende. Ende. Ah, da hat jemand nicht so einen Mund. Die Wissenden durchziehen das Publikum. Embedded System. Ja! Jawoll! Genau! Embedded System. Sehr schön. Echt? Sehr schön. Und weiter geht's. Das ist ein Stück. C, C, C... Process Separation. Ihr müsst euch... Random, dreht euch mal um... Ihr müsst euch das Bild oben angucken. Da fehlt nämlich leider ein Stück. Warum? Das fehlt nahe. Oder... Nee, es fehlt nicht, aber es ist schlecht zu sehen. Ne, es fehlt nicht, es ist etwas. Green IT hat man auch schon. Crystal Köln. TBIOS. Ja, das war korrekt. BIOS. BIOS. Schnell weg damit. Wir haben einen Teller mit Müsli, Brot. Wir haben Brot-Crumbs mit Steck. Wir haben blau, blau, Brot-Krümel. Brot-Steck. Das wird sich definitiv um die Brot-Krümel drehen. Was, noch mal laut bitte? Es wird sich definitiv um die Brot-Krümel drehen. Bread-Crumbs. Bread-Crumbs sind Web-Sandorée. So ein Ding für Sie. Das fehlt. Bread-Crumbs. Bread-Crumbs-Menü? Nein? Ja, das war's. Richtig. Bread-Crumbs-Menü. Sehr gut. Wer von Web-Entwicklung eine Ahnung hat. Gut. Wir tun so, als hätte es nie stattgefunden. Ich fand's gut. Random. Gold-Else. Cloud. Sie Siegessäule. Sie hat der Engel geklaut. Gold-Else. Ja, das... Spricht mal lauter. Spricht mal lauter. Da war viel Gutes dabei. Gold-Else. Else. Siegessäule. Cloud. Cloud Computing. Else Cloud. Else. Else. Siegessäule. Gold Caps. Sie sind alle total verseucht von diesem Cloud-Begriff, oder? Ja. Cloud Cloud. Siegessäule. Siegessäule. Google Cloud. Abtransport. Cloud weg. Helikopter entfernen. Cloud Backup. Burning Cloud Cloud Berlin. Also, Burning Cloud ist mir... Wir geben Hinweise. Genau. Jetzt sind wir ja konstruktiv. Die Siegessäule. Die Gold-Else, oder so. Else. Wie heißt sie denn? Du bist der Deutsche. Hier wurde das vorhin schon gesagt, wer das ist. Wie heißt sie denn? Else. Gold-Else, genau. Ja. Golden Cloud. Berlin. In welcher Lage befindet sie sich? Berlin. Gold-Else. Gold-Schweben. 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 Gold. Else. Else. Ich denke nicht. Else. Da sterben wieder Leute. Sehr schön. Umgekehrt. Remote Cloud. Männlich fehlt da noch. Ja, männlich. If-Else. Else-If. Cloud. Cloud-Else. Fly. Else. Golden Else. Sie steht ja da nicht mehr. Ich glaube. Gut. Publikum? Elf-Bock? Oder Elf-Bock? Genau. Dangling Elf. Oder Hängendes Elf. Na gut. Okay. Keine Punkte. Okay, jetzt kommen wir aufhören. Oh, eine. Okay, wir haben... Wir essen jetzt, wir schauen, wer der ist. Das ist so. Jet-Table. 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 Wie heisst dieser Typ? Desk-Chat. 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 Happy Desk-Chat. Happy Desk-Chat. Sehr schön. Happy Desk-Chat. Happy Desk-Chat. End auf diese Fraktion hätte ich auch keinen Fernseher. Großartiges Stück. Nougat Bytes Geschichte. Es gibt auch jetzt das vorletzte Bild. Gnu. 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 Z-3-4-5-6. Es fällt mir schwer zu helfen, aber ich schaff's. A-GPL. 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 Nein. Gibt's schon die Arme der Erkenntnis? Gnu. Gnu. Ah. Ja, nee. Gnu. Gnu. Bison. Haha. Gnu. Nug. Yes. Gnu, Hör. Gnu. 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 Ich hab hier schon noch was Interessantes gehört, lass ich mal noch durchlaufen. Der erste Hinweis, es geht um Browser-Kontext. Das ist Ajax. Diese Tiere heißen zur Information, Jack oder Ajax. Ajax, aber nicht ins Mikro. Nun gut, wenn es sehr knapp wird, dann das letzte Bild. Okay, wir haben HD zuerst. Digitalisierung? Analog an... Wir wissen, dass du schaust vielleicht... Minecraft, ja? Einer, einer weiß schon. Das binäre Fudo oben macht, gibt auf jeden Fall eine Füße. Zwei Händers gewöhnt. Digitalisierung? Wilde Händers. Ja. Ja. Ich hab keine Frage. Du musst auch wissen, wer die Leute sind. Naja, die wissen es anscheinend nicht. Ich kennt die Dame vorher nicht. Sie ist Dollybuster, oder? Nein. Na? Das ist ja Laza Minnelli-Effekt. Nein, auch nicht. Blockbuster. Wen seht ihr denn alles? Kennt ihr irgendjemanden? Silikontitten. Tatjana G. und John S. sind hier zu sehen. Tatjana Ksell? John Smith? Keine Ahnung. Die geben Zeit mit Hinweis. Es geht jetzt wirklich um die Wurst, ne? Ihr seid beide nicht mehr analog. Analog, Digital, Wattler... Wir lassen uns mal ein bisschen zatteln, oder? T-J-S-A-D? 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 Digitale Gesellschaft? Jaaa! Jaaa! Wunderbar! Tatjana Ksell und John Schaft. Digitalisiert. Man kann auch weinend klatschen, das ist schon okay. 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 Entstand! Sehr schön. Wunderbar! Vielen herzlichen Dank! Für alle, die mitgemacht haben. Für alle, die mitgemacht haben. Es hat Spaß gemacht. Okay, dann nehme ich euch jetzt wieder die Sprechstäbe ab, während Ben noch... Achso, das können wir jetzt mal machen. Ich zeig dann noch... Vielen Dank! Vielen Dank! Was aus unserem... Buh Repertoire. Ihr habt schön laut gedacht. Ähm... Und... Ja, Siegerehrung. Ihr kriegt noch... Oh was... Oh ja... Ihr könnt euch nochmal angucken. Weiß jemand, was das ist? Ihr könnt... Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr bei den schlechten Sachen nochmal kurz mitmachen. Hier... Respawn! Keine sehe ich... Spawn! Keine... Eine... Keine... Das waren für die späteren Stunden Stirnklopfer. Ähm... Letter... Und... Welche... Was war das? Letter... Newsletter! 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 Natürlich! Den hätte man nehmen können! Anscheinend! Dammit! Für den wollte ich ihn erwürgen! Nein! Ice Age! Und jetzt nochmal auf Deutsch? Und jetzt nochmal auf Deutsch? Eiszeit! Nein! Nein! Ice Age ist auch schön, aber nein! Aber das hat nichts mit dem... Doch, doch! Es raten noch zu viele... Okay... Hände? Ich denke... Klopter! Nein! Im Publikum irgendwer das wissen könnte... Weiß das jemand? Okay... Das sind... Das sind ganz offensichtlich... Haareise... Heise! Ja, jeder oben klatscht, sehr schön! Okay, ich glaube das ist der Rausschmeißer... Und der Rausschmeißer, das ist... Ich sag's einfach, oder? Nein... Außer es weiß jemand, der Spaß dran hat... Bitte? Hinweise! 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 Wir sehen hier Menschen mit Instrumenten... und Dämpfe aus ihren... Schlundhaltern... Oder... So... Also das sind definitiv illegale... Und lieblos haben wir ihnen die Augen... die da ein bisschen zugemacht... und die minder grinsend... Genau... Thematisch kann man das so bei Grundversorgung... ansiedeln... High Bandwidth... Wie ist das? Was? High Bandwidth... Nein... Nein... Aber die Richtung ist schon mal gut... High Bandwidth... Wurde hier gesagt... High Bandwidth? No... Nein... 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 Was tun die denn? Breitband... 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 Alles klar... Super... Und damit entlassen wir euch in die Freiheit... mit der Breitband... Vielen Dank... Schönen Abend... Ruhe... Unser Abspann... Der kann ruhig noch auf den Beamer... Nochmal auf den Beamer... Ich würde alle noch bitten... dass sie ihren Müll rausnehmen... Also Flaschen bitte... alle Flaschen mitnehmen... Auch nicht nur eure... wenn ihr noch was umlegen seht... Bitte mitnehmen... austragen... wegwerfen... Und... Wir sehen uns morgen wieder! Tschüs! Hab euch mal einen Guter Suit... Ja... Auf jeden Fall! 2 Cut Bye 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 Bye